Das heißt, eine Bevölkerung, die passiv ist und glaubt, dass sie schwach ist und sich untereinander eben nicht verbinden kann auf Erwachsenen-Ebene, die generiert zwangsläufig eine Regierung, Machthaber, die Machtmissbrauch betreiben. Das bedingt sich gegenseitig. Das sind wie zwei Pole. Der Machtmissbrauch durch die Politiker stabilisiert eine passive Bevölkerung. Wir brauchen das noch so.